Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benni und in diesem Video soll es mal um die Skater Challenge Spezialitäten Skater gehen. Eine wirklich brutal schwere Kombo, die hier aus vier Spezialtricks besteht. Du siehst es nochmal hier, schwarz auf weiß, mit Tony Hawk in dem Falle lande eine 900, ein 360 Variant McTwist, Nosegrind to Pivot und ein 5-4-Overturn als Teil einer Einzelkombo. Die Mods müssen dementsprechend deaktiviert sein, also wirklich hier sehr sehr schwer das Ganze abzuschließen. Nichtsdestotrotz werde ich dir jetzt hier hoffentlich ein paar nützliche Tipps und Tricks an die Hand geben, wie du das Ganze einfacher schaffen kannst. Ich werde dir auch eine sehr sehr gute Location zeigen, werde dir Schritt für Schritt meine Vorgehensweise zeigen. Darum soll es jetzt mal in dem Video gehen und los geht's. So, vorab nochmal ganz kurz zur Erläuterung. Warum ist dir Spezialitäten Skater so wichtig oder warum ist es so wichtig, dass du das Ganze hier abschließt? Falls du hier Trophy Hunter bist, falls du auf Platin spielst, wirst du nicht drum herum kommen, das Ganze abzuschließen, weil du eben hier für die sechs Legend Challenges eine Trophy bekommst. Und der erste Reiter ist hier Profimäßig, wo du die gesamten Challenge Sammlungen mit drei beliebigen Profi Skatern abschließen musst. Du siehst, bei mir ist hier schon Haken hinter Tony Hawk. Das Ganze habe ich dementsprechend jetzt schon geschafft, hast du gerade schon gesehen. Die gute Nachricht ist natürlich, dass du auch hier den Spezialitäten Skater auf andere Skater kopieren kannst, beispielsweise Andrew Reynolds oder auch viele, viele andere. Auch die haben hier eben den Spezialitäten Skater drin. Wie gesagt, alle anderen Challenges sind relativ einfach, sehr sehr gut machbar, in relativ kurzer Zeit machbar. Und das Ganze, was du dann eben mit Tony Hawk gemacht hast, wenn du einmal die Vorgehensweise kennst, kannst du mehr oder weniger kopieren. Klar gibt es hier andere Spezialsprünge mit den Skatern, andere Spezial-Grinds, aber die Tastenkombinationen sind eigentlich immer die gleichen. Wenn du einmal den Dreh raus hast, dann solltest du es schaffen. Wie gesagt, falls du Trophy Hunter bist, dann musst du es hier mehrfach abschließen und deshalb ist der Spezialitäten Skater eben so wichtig. So, letzter wichtiger Vorbereitungspunkt der Vollständigkeit halber. Du musst dir natürlich erstmal die Spezialtricks hier ausrüsten. Du siehst, ich habe jetzt einfach mal hier alles andere gelöscht, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Ich habe mir dann hier die beiden Sprünge auf oben, unten Kreis gelegt, beziehungsweise auf links, rechts Kreis. Mit der Tastenkombination komme ich persönlich sehr sehr gut klar. Einmal den 900, einmal den 360 Variant McTwist. Das gleiche machst du dann hier mit den beiden Grinds, mit dem 5.0 Overturn und mit dem Nose Grind to Pivot. Habe ich jetzt oben unten Dreieck und unten oben Dreieck gemacht. Auch mit der Tastenkombination komme ich sehr sehr gut klar. Überleg dir das Ganze wirklich gut. Übe das Ganze vielleicht mal vorab, wie du dann in der Pipe die Sprünge anbringen kannst, die Tastenkombis drücken kannst. Genauso mit den Grinds. Das soll jetzt auch letztendlich der letzte Vorbereitungspunkt gewesen sein. Und jetzt schauen wir uns den Lauf mal an. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also erstmal vorab, wo habe ich das Ganze gemacht? Ich habe das im Hangar gemacht. Hangar eigentlich das perfekte Level dafür. Hat mir auf Anhieb sehr sehr gut gefallen. Es gibt hier einen ganz ganz großen Vorteil. Das sage ich dir auch schon vorab. In der Pipe ist es so, wenn du einen Sprung machst, dann gehst du sofort in den Revert mit R2. Und dann kannst du den nächsten Sprung auch direkt landen, den nächsten Spezialsprung, weil einfach die Pipe ja in Anführungsstrichen so klein ist, dass halt die Combo ganz einfach nicht abreißt nach dem Revert. Das ist ein Riesenvorteil. Wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal einmal in Normalgeschwindigkeit an und dann werde ich dir das Ganze mal in Slow-Mo zeigen. Und werde dann nochmal ganz ganz genau auf meine Vorgehensweise eingehen. So sie ist am Anfang natürlich. Das Ganze habe ich gleich weggeschnitten. Werde ich natürlich, habe ich jetzt hier erstmal meine Spezialleiste voll gemacht. Dann richtig Schwung geholt, dass ich schön gerade stehe. Den 900, dann den 360. Zur Seite gesprungen mit Manual. Hoch. Und dann habe ich hier meine beiden Spezial-Grinds ausgepackt. Das ist der erste. Das ist der zweite. Abgesprungen. Und da hat es geklingelt. Jetzt werde ich dir das Ganze nochmal in Slow-Mo zeigen, um ganz ganz genau darauf einzugehen. Ich hole hier erstmal Schwung. Ganz ganz wichtig, dass du wirklich ganz ganz gerade in der Pipe bist, damit du vernünftig den 900 landen kannst. Auch am besten relativ weit außen. Weil du den zweiten Sprung dann auch kombinieren möchtest. Und du möchtest natürlich hier oben auf der Pipe landen. Das ist der 900. Dann hast du gesehen den Revert. Die Kombo reißt nicht ab. Dann habe ich hier den 360 Variant McTwist. Und während ich den dann gemacht habe, habe ich R2 gedrückt. Dass er eben hier gerade runter springt. Dann Dreieck. Dann wieder gesprungen zur Seite. Oben, unten für den Manual. Und dann reicht es eigentlich vom Speed her genau aus, dass du dann hier eben grinden kannst. Dass die Kombo nicht abreißt. Und dann bei mir in dem Falle einmal oben, unten. Das Ganze mache ich jetzt. Hier siehst du den ersten. Nose Grind to Pivot. Und jetzt nochmal unten oben. Du musst dabei natürlich mit dem Steuerkreuz immer noch gegebenenfalls ein bisschen ausbalancieren. Ist wie gesagt alles andere als einfach. Hier der zweite 5-4-Overturn. Und dann habe ich hier ein bisschen Glück gehabt natürlich mit dem Absprung. Bisschen schräg. Hat er aber vernünftig gelandet. Und dann siehst du es hier nochmal schwarz auf weiß. Den 900, 360 Variant McTwist. Den Pivot und den 5-4-Overturn. Also so ist die ganze Vorgehensweise. So kann man es schaffen. Gehört natürlich trotzdem eine Menge Übung zu. Wenn du nicht gerade hier im Pro bist. Ich habe mich damit verdammt schwer getan. Habe eine Menge Zeit investiert. Ich hoffe, dass der ein oder andere nützliche Tipp für dich dabei war. Bleib sehr, sehr gerne mit einem Abo am Start. Wenn du heiß bist auf weitere Videos von mir. In diesem Sinne. Mach's gut. Bis bald. Und tschüss. Und tschüss.